Das Forever Fit Programm ist die perfekte Kombination mit Bewegung, damit Du Dich fitter fühlst und noch besser aussiehst. Das Forever Clean 9 Programm ist ein 9-Tages-Programm, wo Du Dich entscheidest für Deine Gesundheit. Clean 9 ist keine Diät. Es geht darum, dass Du Deinen Körper in 9 Tagen reinigst und dann schaust, wie Du Dich fühlst. Viele Menschen berichten mir täglich, wie sie sich fitter fühlen, wie sie voller Energie sind und wie ihre Kilos gepurzelt sind. Wenn Du nach den 9 Tagen Dich noch fitter fühlen willst und noch mehr abnehmen willst, dann startest Du jetzt am besten mit dem Fit 1 für die nächsten 30 Tage. Nach Fit 1 hilft Dir jetzt Fit 2, Deine Erfolge zu halten, damit Du dauerhaft Dich gesund und vital fühlst. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das Forever Fit Programm ist ein ganzheitlich durchdachtes Konzept. Es geht um Bewegung und Ernährung. Entscheide Du Dich einfach zu 9 Tagen und schau dann, wie Du Dich fühlst. Ich weiß, auch Du schaffst das.